Hi, würdest du dich als hilfsbereite Person ansehen? Nehmen wir mal an, ein Fremder kommt zu euch und würde genau das fragen. Wie würdet ihr antworten? Vielleicht würdet ihr so antworten wie ein Großteil der 172 Versuchspersonen aus einer Studie von Bolkan und Anderson aus dem Jahr 2009. Denn einfach jeder, dem diese Frage gestellt wurde, hat gesagt, ja schon, ich bin eine hilfsbereite Person. Und die Forscher haben diese Frage natürlich nicht einfach so stellen lassen, sondern sie haben sich überlegt, wenn ich diese Frage stelle, kann es sein, dass Versuchspersonen danach, dass Menschen danach wirklich hilfsbereiter werden, weil sie diese Frage schon so beantwortet haben. Und dazu hat man sie dann direkt danach gefragt. Ja, wir führen hier eine kleine Umfrage durch, die dauert 30 Minuten. Würdest du daran teilnehmen? Wärst du so hilfsbereit daran teilzunehmen? Und es zeigte sich ein ziemlich großer Effekt. Wenn man zuvor gefragt hat, ja würdest du dich als hilfsbereit ansehen, dann haben tatsächlich 77 Prozent gesagt, ja klar, ich mach mit. Und wenn man das nicht gefragt hat, dann waren es nur 29 Prozent. Also wirklich ein sehr, sehr großer Effekt. Und wenn ihr den Podcast, die Videos hier schon ein bisschen länger verfolgt, könnt ihr euch vorstellen, welcher psychologische Effekt dahinter steckt. Ja, kognitive Dissonanz. Denn wenn ich von mir sage, wenn ich jemandem anderen sage, ja, dass ich eine hilfsbereite Person bin, dann führt das dazu, dass ich diesem Selbstbild, was ich nach außen erzeugt habe, auch wirklich Folge leisten möchte. Und demzufolge ist es sehr schwer, dann Nein zu sagen. Interessant ist jedoch, dass die Forscher auch noch mal ein Fragebogenexperiment durchgeführt haben, wo man also anonym antworten konnte. Und im Nachhinein hätte kein Mensch gewusst, ob man jetzt, wer jetzt sich als hilfsbereit ausgegeben hat und wer nicht. Und es zeigte sich, dass auch dann, wenn man vorher diese Frage gestellt hat, ob man sich als hilfsbereit ansieht, auch dann erhöhte das die Hilfsbereitschaft im Nachhinein. Das heißt, höchstwahrscheinlich gab es tatsächlich einen kurzfristigen Shift im Selbstbild, wenn man diese Frage mit Ja beantwortet hat. Und es ging einem gar nicht mehr so arg darum, andere zu beeindrucken mit dem stabilen, konsistenten Selbstbild, sondern es gab womöglich wirklich eine kurzfristige Veränderung des Selbstbildes hin zu mehr Hilfsbereitschaft. Und das ist durchaus interessant, dass man solche Effekte mit so kleinen, harmlosen Fragen erzielen kann. Also wenn das nächste Mal jemand zu euch kommt und sagt, hey, würdest du sagen, du bist sehr hilfsbereit, dann solltet ihr genau gucken, um was es da eigentlich geht. Vielleicht will er euch damit einfach nur beeinflussen, aber vielleicht ist es auch wirklich für eine gute Sache. Also man muss immer aufpassen, ob nicht irgendjemand versucht, absichtlich mich zu einem öffentlichen Statement zu verleiten, dem ich dann in der Folge versuche, nachzukommen. Denn auf diese Weise sind wir auf jeden Fall sehr, sehr beeinflusbar. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.